Okay, say yeah to life. Say yeah to life. Nehmen wir zusammen. 1, 2, 3. Say yeah to life. Yeah. Wer bist denn du? Ich bin Karen, ich bin 17. Ich wohne hier in Zürich. Aha. Und was machst du so? Ich gehe noch in die Schule. Eine Schule? Hast du irgendwelche Treuen für die Zukunft? Äh, ja, nicht besonders. Ich habe gesund bleiben, ein schönes Leben zu haben. Cool. Und du? Ich bin Angie. Hi Angie. Ich komme von Adlisville. Adlisville. Genau. Und ja, ich gehe auch noch in die Schule. Okay. Und was möchtest du machen? Oder sie? Ja, nein, nein, du bist gut. Ich gehe, also ich würde gerne noch ein bisschen reisen gehen. Mhm. Und ja, dann Ausbildung machen und das Leben grüßen. Cool. Alright. Merci. Könnt ihr zusammen nochmal say yeah to life? Say yeah to life. Okay.